Liebe Freunde, liebe Mitstreiter, liebe Technikinteressierte, heute erreicht uns vom unverstrahlten Land ein sehr bewegender Hilferuf mit einem sehr aufrüttelnden Video. Und das möchte ich euch zeigen. Es geht um ein Refugium, es geht um Menschen, die eine Zuflucht gefunden haben. Sie sind EHS, also elektrohypersensibel, man sagt auch vereinfacht elektrosensibel, geworden, keiner ist so geboren und mit MCS geplagt, also multichemical-sensitive Menschen, die auf diverse Gerüche, Parfüme und Duftstoffe aller Art reagieren. Sie haben ein Refugium gefunden, sie konnten ein altes, schon stark baufälliges Bauerngehöft erwerben für relativ überschaubares Geld und mit viel Liebe, Handarbeit und wirklich auch einem großen Herzblut dieses Wohnhaus wieder renovieren und hatten dort jetzt einige Jahre Ruhe und konnten sich weitestgehend erholen und weitestgehend wieder regenerieren und sich ein Leben aufbauen, wo sie zurechtkommen. Und genau dieses Refugium wird jetzt gestört durch zwei neue Mobilfunktürme je von einer Seite. Und es ist wirklich ein kleines Dorf in Süddeutschland in einer tiefer gelegenen Mulde und die dazugehörige Verbindungsstraße ist bereits ausreichend mit Mobilfunk versorgt und es gibt dort Glasfaser für alle Haushalte. Also kein Grund, um dieses Refugium oder dieses kleine Dorf weiter auszubauen. Und naja, ihr könnt es euch denken, es gab viel Geld vom Staat und jetzt wird dort ausgebaut. Und drum schalten wir jetzt mal kurz rein in das Video und hört selbst mit eigenen Worten. Liebe Mitmenschen, wir möchten uns heute mal an euch wenden und euch eine sehr intensive Menschenrechtsverletzung, die hier läuft, euch darüber zu informieren. Ein kurzer Überblick. Wir haben heute den 23.08.2024. Wir befinden uns hier in Süddeutschland und wir erleben im Augenblick eine Folter und eine Situation, die unbeschreiblich ist. Kurz zu unserer Vergangenheit. Wir sind Strahlenflüchtlinge im eigenen Land und seit mehr als zehn Jahren wohnen wir hier auf einem Grundstück in einem kleinen Dorf. Es ist ein kleines Refugium und mit drei Bewohnern, drei Familien und wir sind eigentlich vor den Strahlen aus der Stadt und später auch aus einem kleinen Dorf geflüchtet und haben damit Riesenprobleme. Unsere letzte Situation ist, dass hier in der Nähe zwei Sendemasten aufgebaut worden sind. Der eine ist vor kurzer Zeit so bestückt worden, dass er in Betrieb gegangen ist für drei Tage. Wir hatten die übelsten Probleme, Symptomatiken und mussten in den Wald fliehen und im Auto schlafen und können eigentlich unter dieser Folter nicht mehr leben. Ich glaube, die Worte sprechen für sich. Und bevor wir jetzt in den zweiten Teil des Videos reinschauen, möchte ich nochmal sagen, für diese Menschen besteht absolute Lebensgefahr. Also es geht hier nicht um irgendwelche Befindlichkeitsstörungen oder oberflächliche Einschränkungen. Hier geht es ums Überleben. Und wir wissen aus der Aussage von der Dr. Paulini, von der Chefin des Bundesamtes für Strahlenschutz, dass besonders kranke Menschen und chronisch kranke Menschen, natürlich auch Kinder, Schwangere von dieser Strahlung am meisten betroffen sind und dass die Grenzwerte für diese Kategorie Mensch nicht gelten. Die jetzigen Grenzwerte schützen nur vor Überhitzung gesunder Menschen bei nur weniger Minuten Bestrahlung pro Tag. Also für Dauerbelastung und für kranke oder kleine oder große Menschen, alte, behinderte und eben chronisch kranke, gibt es keine Grenzwerte. Und darum sind diese Menschen hier akut von Lebensgefahr betroffen. Sie haben sich aber gewehrt oder sie wehren sich sehr aktiv mit den ersten Plänen. Das war es über drei Jahre her. Wurden alle zuständigen Behörden aufgefordert, hier zu handeln und hier zu helfen. Aktuell läuft auch ein Gerichtsverfahren und es bleibt jetzt sehr spannend, was alles passiert. Und ja, ein Letztes ist jetzt eben passiert. Der Sender, ein Sender steht jetzt im, soweit fertiggestellt da, war auch schon drei Tage im Probebetrieb. Das heißt, er hat massiv gestrahlt und ihr habt es gehört, sie mussten deswegen in den Wald gehen. Das wurde jetzt wieder abgestellt, auch bis die ganzen Gerichtsverfahren entschieden sind. Und es besteht jetzt die Gefahr, dass jederzeit dieser Sender wieder in Betrieb gehen kann. Und wie es jetzt weitergeht, wissen wir nicht. Ich empfehle euch aber sehr, den aktuellen Hilferuf, der unten angehängt ist, zu lesen und weiter zu verteilen. Soweit es geht, das muss an die Öffentlichkeit, es müssen viele Menschen erfahren, wie momentan Behörden und Verantwortlichen mit unserem Grundgesetz, mit dem Recht auf die körperliche Unversehrtheit umgehen und mit dem Recht zum Schutz der häuslichen Umgebung. Also hier sind massive Menschenrechtsverletzungen und die Flüchtlinge im eigenen Land, die jetzt gerade mal wieder ein Dach über dem Kopf haben, sind wieder gefährdet zu fliehen, wissen natürlich nicht wohin. Und ja, ich denke, es spricht alles für sich. Hört euch den zweiten Teil an. Und ja, nehmt diese Menschen mit ins Gebet, überlegt, was ihr konkret tun könnt und denkt immer dran, ihr seid vielleicht schon morgen die Nächsten. In diesem Sinne, euer Uli Weiner, hier aus einem der letzten Funklöcher Deutschlands. Wir sind dafür eingetreten, dass hier ein radikaler Baustopp stattfindet. Wir haben uns ans Bundesamt für Strahlenschutz, wir haben uns ans Bundesnetzagentur gewandt, wir haben uns an das Bundesministerium für Umwelt gewandt und überall nur erfahren, das wäre alles rechtens und unterhalb der Grenzwerte gibt es keine Beschwerden. Studien zeigen, dass es nicht so ist. Unser Beispiel, und ich denke auch ein Beispiel von Tausenden, wenn nicht so ja Millionen Menschen, die hier in Deutschland leben, spüren mehr oder weniger die Strahlung und haben damit Riesenprobleme. Einige sind schon von uns gegangen, durch die Strahlung, nicht weil sie so krank waren, sondern durch die Strahlung, durch die Dauerbestrahlung, der sie ausgesetzt sind. Und viele suchen intensiv nach einem Funkloch, nach einer Möglichkeit zu überleben. Das sind eigentlich existenzielle Bedürfnisse, die wir haben und wir möchten unsere Grundrechte, laut Grundgesetz Artikel 2.2, dass wir eine körperliche Unversehrtheit haben. Das läuft hier im Augenblick überhaupt nicht. Das Grundgesetz wird nicht angewandt. Auch die Unverletzlichkeit der Wohnung ist nicht gegeben. Und so sind uns eigentlich diese Grundrechte, die auch in Artikel 3, dass man wegen der Behinderung nicht vernachlässigt werden darf, sind nicht gegeben. Die EU hat 2011, im Mai 2011, die EU-Ratsresolution 1815 mit der DOC 12608 herausgegeben, in dem empfohlen wird, für uns die elektrosensiblen oder EHS oder Funktrollengeschädigten oder wie man es auch benennen will, Anerkennung, Schutz und Schutzgebiete zu machen. Das ist nicht nur das Einzige, sondern wir haben also eine ganze Liste von Hinweisen von der EU, vom EU-Parlament, vom Umweltausschuss, den EWSA, das Amtsblatt 105, Seite 38, Absatz 4, 13. Da wird gesagt, dass wir besonders Schutzbedürftige sind und dass wir besonderen Schutz uns angedeihen lassen sollten. Das sind alles grundsätzliche Dinge, die alle außer Acht gelassen werden. Und vielleicht ist für euch am interessantesten, dass der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikabschätzung des Bundestages, hört, hört, in der Bundesdrucksache von 2003, Seite 27, sagt, von den Studien an menschlichen Probanden entstanden 79% positive Befunde. Die meisten Effekte betreffen das Nervensystem oder das Gehirn, 86%. Es folgen Effekte im Zusammenhang mit Krebs 64%. Ich denke, dass die meisten Menschen Erfahrung in ihrem persönlichen Umkreis haben, dass schon einige ihrer bekannten Verwandten verstorben sind, die in der Nähe von Funkmasten gelebt haben. Die Dauerbestrahlung ist eben für die Menschen schädlich. Und diese Sachen werden durch Tausende, mittlerweile Tausende Studien belegt. Sprecht mit euren Bürgermeistern und nicht nur sprechen, sondern schreibt sie an und sagt, in mein Grundstück darf nicht eingestrahlt werden. Bitte werdet aktiv, tut euch in Netzwerken zusammen und lasst euch das nicht mehr gefallen. Wir werden hier sonst alle so stark geschädigt, dass wir bleibende Schäden haben oder sogar Schlimmeres passiert. Bitte helft mit, mehr können wir dazu nicht sagen. Schlimmeres 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 Schlimmeres